Grüß euch Leute und Willkommen zu einem neuen, verschnupften Commentary. Ich ärgere mich gerade so ein bisschen ein ordentlich in die Wäsche, die eh schon verschwitzt ist. Und zwar habe ich gerade fast eine halbe Stunde aufgenommen und vergessen das Video abzunehmen. Also zu capturen. Jetzt läuft alles, jetzt läuft das Capture-Programm. Ich würde sagen, wir probieren mal mit dieser Klasse hier ein bisschen was zu kratzen. Probieren wir mal von Wilderweiß, Deathwitch. Ich hoffe, dass es keine Scheiß-Sheter gibt. Hatte ich nämlich gerade schon so einige. Deswegen hat es mir auch eigentlich keinen Spaß gemacht. Und ich muss sagen, wenn das Spiel jetzt nicht... Ich muss nicht gewinnen, an das stelle ich ja eh keinen Anspruch. Ich will nur nicht ständig irgendwie durch die Wand. Oder von Waffen, die es gar nicht gibt. Oder keine Ahnung, was für Cheats es gibt. Oder diese Hochsprungssachen. Oh, wow, 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 wow. Nein, wir hätten es fast noch gehabt. Das wird ja... Das ist glaube ich... Ah nein, es gibt ja noch keine letzte Abschlusskamera. Das habe ich natürlich jetzt nicht bedacht. Sonst wäre das sicher gerade ganz geil geworden. Außer natürlich... Ich könnte jetzt natürlich einmal so unprofessionell sein, wie es überhaupt nur geht. Weil unprofessioneller als ich kann man ja quasi schon nimmer mehr sein. Und einfach einmal... Call of Duty... Oh Gott. Jetzt rotz ich wieder. Äh... Black Ops einlegen. Und versuchen da was zu weisen. Ja, ich... Ihr seht jetzt kurz Schwarzbilder, aber das ist nicht irgendwie schlecht. Nein, nein. Ich habe jetzt einen Inksbuch gesehen, aber... Und zwar... So... Jetzt können wir schauen... Wo ist meine Kontrolle? Ja, da... Der Grunde, ich muss ja kurz schnäuzen. Dafür muss ich mir kurz vom Mikrofon wegdrehen. So, das war es schon. Ja, runterladen. Was du willst. Oh Gott. Aber ich... Sagt mir... Es... Es geht mir nicht gut. Und du da draußen bist nicht schuld. Nicht. Boah, ich hoffe jetzt denkt nicht jemand der ist schuld. Boah, das wär... Das wär... Das wär das Lade Letzte. Boah, ich hoffe man hört mich teilweise überhaupt noch. Weil die Kurve... Weil... Und zwar wenn ich mich in etwa so anhöre... Und nicht mehr relativ deutlich... Da schaue ich gerade rüber zu... Oder City? Oder ich huste mal kurz, aber ich glaub das hört man dann noch. Ja... Ja, schön. Ähm... Mehr Spüler... Mehr Spüler... Mehr Spüler... Mehr Spülmittel... Ähm... Naja... Ja, jetzt komm Leute schnell... Äh... X-Box... Live... Äh... 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 Wie... Wie... Willst du mich jetzt eigentlich verarschen? Äh... Äh... Ich hoffe... Ich hoffe wir werden jetzt nicht zu dermer auf den Sack kriegen... Wenn... Doch... Dann... Ja... Pech gehabt... Naja... Auf jeden Fall... Wir haben eh nur um 10... Äh... Black Ops... Zeugeln... Black Ops Auge oder... Black Ops Saum oder... Wie man es auch immer nennen möchte... Black Ops Saum... Ja... Das ist... Das... Das merke ich mir mal... Black Ops Saum... Also... Also... Ein im Lauf... Ja... Ein im Lauf... Aber bitte nicht so in mein Orgel schreiten... Vermutlich mach ich gleich... Zack... Pam... Also... Ich verschieße die Patronen, will ich damit sagen... Komm... Ich hab da gerade eingesehen... Woah... Ich hab's geschafft... Einer ist tot... Nein... Nein... Ich hab schon... Ich hab gedrückt gehabt... Och... Gott... Wo... 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 Es kommt schon... Ich bin jetzt von hinten... Ich komme von hinten... Wo... 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 Geil... Geile Scheiße... Geile Scheiße... Geile Scheiße... Geile Scheiße... Geile Scheiße... Geile Scheiße... Woop... Yeah... Bitch... Bitch... Ich mach euch alle platt... Nein... Nein... Jetzt wollte ich zu viel... Letztes Leben... Erdbeben... Genau... Hinhören... Angst haben... Wie viel Leben denn noch... Oh... Mann... Alle... Oder? Ja... Ein paar noch... Oh... Mann... Oh... Mann... Nein... Ach... Du Scheiße... Oh... Ja... Pionageflugzeug aktiv... Oh... Also... Wen... Könnte ich denn zuschauen... You wish... Du könntest... Nein... Der Unterweil... Nein... You wish... Könnte überleben... Psch... Versag... Versag... Los... Versag... Er hat alle Leben... Er hat drei Schüsse... Und... Er könnte uns als einziger... Den ersten Platz streitig machen... Versag... Ja... Wenn... Wenn der andere jetzt gescheit ist... Wo... Zack... 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 Du schieß! Jut... Oh... Hahaha... Los... Renn... Renn du Hure... dem You wish... hinterher... Oh... Ja... You wish... Ist gemessert worden... Yeah... 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 You wish... Ich glaube... Wir haben damit gewonnen... Geile Scheiße... Ja... Ja... Warum kann ich ihm nicht sagen... Los... Lass mich deiner Paten scheuen... Dann kann ich sagen... Wo der ist... Ja... Scheiße... Oh... Das war knapp... Ja... Töne... 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 Muss... Jetzt richtig... Oh... Oder... Urgeil... Also... Ich natürlich... Aber... Das... Ist dann ein anderer Café... Ja, jetzt haben sie alle Angst, weil sie sehen, dass ich so gut bin, ey. Nicht. Schade eigentlich. Ey, jetzt komm, jetzt ist ich... Ja, ja, komm, nein, komm, ja, 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 sehr gut. Nochmal Grit. Grit ist geil. Grit ist geil. Alter, halt die Fresse. Oh, Christus, nein. Oh, Mann. Ich hoffe, es geht trotzdem halbwegs gut. Na, und wenn nicht, ist mir auch scheißegal. Okay, puh. Und ich muss jetzt noch Rissen 2, also ich kann jetzt wieder Rissen 2 vorproduzieren. Und ich werde das natürlich auch direkt machen. Ja, schön ein im Lauf. 5, 4, 3, 2, 1, go. Hopp, 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 hopp. Angst haben? Keine Angst haben. Wo? Da war gerade einer. Scheiße. Ja. Nein. Wo? Nein! Warum hat der 2 Kugeln gehabt? 2 Leben übrig. Ach, du Scheiße. Aus den Geldrägen. Oh. Nein! What the fuck? Ja. Letz es leben. Jetzt, wenn sich 2 streiten, oder was? Oh. Nein. Ich habe dich da oben gesehen. In den Geldrägen. Nein, nein, nein. Warum habe ich ihn? Warum? Warum? Zur Hölle. Warum habe ich ihn nicht einfach auf Schießen gedrückt? Ja, der gammelt da oben so rum. Das ist... ... ... ... Ja, jetzt gesehen nur mehr dieser Fried und der Altim. Ja, Altim, du mieses Sau. Bitte, lass einen lieben von denen da oben ist. Oh, nee. Ja. Immerhin, nach 2 Spielen haben wir 10... ...Plopsagen gewonnen. Also. Oh. Oh, er hat einen Bug aus... Also, ne, Bug würde ich es nicht nennen. Aber er hat sowas ausgenutzt. Das ist ja auch nicht schön. Um dann sowas zu gewinnen. Ich könnte auch mal ganz, ganz wahnsinnig sein. Und mal dieses Höchste nehmen. Könnte ich machen. Werde ich aber nicht. Aber vielleicht noch ein bisschen Stock und Stein. Ja. Das wollen die Leute ja immer gern sehen, weil man das so richtig schön abkacken kann. Aber, wenn ihr mich seht, er weiß nicht eh nichts anderes. Also, weiß ich nicht, ob das gut ankommen wird. Leute, auf Zufall. Wir haben dann auch so eine Scheiß-Map. Das war genau die. Ich habe einmal Stock und Stein gespielt. Und einmal auf jeden Fall bin ich auf dieser Map. 5 Sekunden. 5 bis 6 Sekunden vor Schluss. Auf Null zurückgesetzt worden. Ja, ganz toll. Und ich werde diese kurze Wartezeit mal ausnutzen, um etwas zu trinken. Ich kann das auch laut machen. Dann hört sich das etwa so an. So. Genau richtig fertig geworden. Und... Crack. Die Preisgelder sind mir schon klar. Wachenspiel-Ding... Ah ja. Oh ja, Wachenspiel-Ding... Das kann einem so auf Arsch gehen. Ja, ich weiß es. Es ist einfach nur Kacke. Irgendwann. Ach ja. Die schöne Armbrust. Ja, ich werde so. Nein. Nein. Komm schon, komm schon. Ja, ich habe ihn getroffen. Yeah. Kleine Kräcknoten. Zack. Nein, warum habe ich den nicht getroffen? Ja, jetzt wollen wir auch ein bisschen Tomer haugen. Ja, tot. Nein, 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 nein. Nein, immerhin hat er nicht so viele Punkte gekriegt. Das ist doch auch mal ein... Oh. Nein, oda. Wir weggehen nochmal. Ach so, ist einfach Waffe weggehen. Ha, komm schon. Ah, ihr mieses kleines Arschgesicht. Bitches. Bitches. Nein. Mieses kleines Arschgesicht. Mieses kleines Arschgesicht. Mag jedes kleine Kind ja nicht. Scheiß Reime. Hup. Hey, Mann, da. Nein. Ich hasse es. Wie können wir auf Platz 1 sein? Wie geht das überhaupt? Nein. Ich hasse dich. Besser. Komm schon. Ja, nein. Es hat nicht einmal irgendeinen erwischt. Hier gehört auch alle in die Klapse. Zack. Für live. Und so weiß ich. Nein, du mieser kleiner Penner. Nein. Immerhin. Wir haben auch einen gedemütigt. Das ist doch auch mal was wert. Nicht. Oh, warum ich immer das nicht sage? Ja, komm schon. Oh, wer da... Von hinten kommt einer. Oh, wow. Das ist geil. 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 Nein. Du mieser kleiner Hurenpenner. Ich hasse dich einfach. Oh, nee. Wow, wow. Habe ich jetzt etwa wirklich einen Stack gemacht? Oder... NP, wie das heißt? Äh, KP natürlich. NP. Probably, I'm reloading. Nein! Alter, ihr habt ihr es gesehen? Ich habe ihn so getroffen. So voll die Weichteile ab. So. Und mal schauen, ob es einen trifft. Vermutlich nicht. Nein, habe ich euch gehabt. Nein, Alter. Ja, dieser miese kleiner Benner. Oh, nee. Na ja. Jetzt komm schon. Ja, bitte nicht. Bitte nicht. Lass mich an. Demütig. Nein. Ja, ja, ja. Bitte, bitte, bitte. Ich mag in den Geldring sein. Nein. Oh. Ja, wir sind sogar gut in den Geldring. Ja. Wir sind Zweiter. Das ist so geil. Und ich würde sagen, bevor mich jetzt das Glück noch verlasst und mein Schnupfen wieder merklicher zurückkehrt, sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao. Papa.